Universum Gott, die allumfassende Liebe, wie immer du uns nennen möchtest. Hallo, was können wir für dich tun? Deine Bestellung ist noch nicht da. Wann hast du denn bestell... Vor zwei Wochen. Okay, und was hast du... Okay, das ist natürlich... Was hast du denn bisher aktiv für deinen Wunsch getan? Ja, natürlich du. Wer denn sonst? Wir? Schätzelein, wir sind die Quelle allen Seins, nicht der Quelle-Katalog. Kern unserer Unternehmensphilosophie ist Teamwork. Du kennst doch bestimmt unseren Slogan. Hilf dir selbst, dann hilft dir Göttin. Zu wenig kundenorientiert? Entschuldige mal, wir sind die allumfassende Liebe. Wir liefern nicht einfach nur stupide einzelne Artikel, uns interessiert ein ganzer Prozess. Wenn du zum Beispiel einen Schrank von einem irdischen, schwedischen Dienstleister haben willst, steht der doch auch nicht einfach per Mausklick fertig eingeräumt an Ort und Stelle, oder? Na, du musst dir ja erst mal überlegen, wo der Schrank genau stehen soll. Und wenn da was anderes steht, musst du erst mal Platz schaffen, aufräumen, aussortieren. Du musst dir überlegen, wie der Schrank genau aussehen soll. Farbe, Schiebetüren, Scharniere, Vorhang. Und dann musst du Maß nehmen und dich um jemanden kümmern, der dir beim Aufbauen hilft. Und dann baust du ihn auf. Sockel, Korpus, Fächerböden, Inneneinrichtungen. Und dann musst du dir genau überlegen, was wo reinsortiert werden soll. Und ihn Stück für Stück einräumen. Und erst dann ist der Prozess erfolgreich für dich abgeschlossen. Verstehst du, was wir dir sagen möchten? Hallo? Hallo? Kinder.